Der Coronavirus wird uns leider noch ein bisschen begleiten. Gestern sind endlich ein paar Lockerungsmaßnahmen für uns in Sichtweite. Und ich möchte zum Thema Masken nochmal was nachschieben. Das Thema Masken ist unglaublich wichtig, weil es gibt im Moment so viel Fake-Ware auf dem Markt. Was du da beachten solltest und auch was bei selbstgemachten Masken wichtig ist, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Frank Buflepp, ich bin seit 13 Jahren Apotheker und wir machen sehr, sehr viele Erfahrungen jetzt mit dieser Erkrankung, weil wir Krankenhäuser und Alte- und Pflegeeinrichtungen versorgen. So, zum ersten Thema. Ich habe super viele Fragen von euch bekommen zu dem ersten Masken-Video, was wir auch unten drunter nochmal verlinken werden. Die erste Sache, die ich euch gerne sagen will, ist, passt auf auf medizinische Angebote von FFP-Masken, von KN95-Masken, von N95-Masken. Das sind dann die Abkömmlinge aus Asien, Amerika, weil hier unglaubliche Kriminalität im Moment auf dem Markt ist. Kriminalität, die CE-Kennzeichen fälschen, die Zertifikate fälschen. Es gibt mittlerweile da eine riesen Latte, was ich vorher noch nie gesehen habe, an Fälschungen. Wir haben allein in den letzten zwei Wochen 50 Angebote reinbekommen, von wo fast alle nur gefakte Ware ist. Deswegen Hände weg von diesen Angeboten aus dem Internet, wenn sie nicht wirklich verschiedene Standards erfüllen. Da gibt es sehr, sehr hohe Standards, das kannst du nachlesen. Bei der BFARM, B-F-A-R-M, wir werden darunter verlinken. Es ist aber auch die Möglichkeit, bei dem VDE-Medizin-Check nochmal nachzugucken und da die Informationen hochzuladen. Das ist meine Empfehlung an dich, wenn du medizinische Ausrüstung brauchst, dass du das nochmal checken lässt, weil das ist wirklich im Moment höchst, höchst unseriös, unglaubliche Kriminalität. Entschuldigung, da werde ich emotional, weil das ist unglaublich, mit sowas Geld zu verdienen, aber das ist ein anderes Thema. Und hier war einfach nochmal genaue Fragen zum Thema selbstgemachte Masken. Was halte ich davon und sollte man das jetzt in großem Maße einfach machen? Wenn du selbstgemachte Masken selber machst oder wenn du sagst, hey, ich kaufe die gerne ein, hier lokal aus Deutschland, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Du hast auch den Vorteil, dass du, egal wie diese Masken aufgebaut sind, auf jeden Fall einen höheren Fremdschutz hast, als wenn du gar nichts hast. Hier wurden auch die Fragen gestellt, muss man nicht auch die Augen dann im Endeffekt schützen? Das wäre natürlich am besten, weil es gibt drei Eintrittspforten für die Tröpfcheninfektion durch den Virus. Auge, Nase, Mund. Wenn du alles schützt, dann hast du den maximalen Schutz. Wenn du zwei von drei schützt, hast du einen besseren Schutz als nichts. Da je mehr Virus in deinen Körper gelangt, es einfach so ist, je intensiver wird auch die Erkrankung. So, bei selbsthergestellten Masken ist es natürlich ein Vorteil, wenn der aus Stoff ist, dass du den auch immer wieder waschen kannst. Das gibt es bei 60 Grad oder 90, ich habe auch schon bei 95 Grad gesehen. Dadurch, dass Tenside mit dabei sind, ist das natürlich gut und es dient lediglich dem Fremdschutz. Ganz wichtig bei der Deklaration, wenn du das selber machst, schreibe nicht Schutz drauf, schreibe Maske, Mundmaske, Nasenmaske, weil sonst gehst du in eine Situation, die rechtlich vielleicht ein bisschen unsauber wäre. Dann wurde ich gefragt, warum ich nur von FFP-Masken spreche und nicht von den anderen Bezeichnungen, die es gibt. Natürlich, ich habe von einem europäischen Standard gesprochen, das ist FFP. Es gibt aber jetzt sehr, sehr viele Ware aus Asien, das sind dann die KN95, aus Amerika, das sind dann zum Beispiel N95. Es gibt natürlich noch aus Australien und Japan noch verschiedene Deklarationen. Die sind dann immer zu vergleichen mit den FFP-Standards 1, 2 und 3. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib gerne in die Kommentare. Warum? Das war auch noch eine schöne Frage. Warum darf man nicht mit Desinfektionsspray im Endeffekt die Mund- und Nasenmasken oder so etwas desinfizieren? Das ist deswegen, weil die aus sehr starken Mikrofasern bestehen und du mit diesen Desinfektionsmitteln einfach diese einfach zerstörst. Sogar bei 3M-Masken steht drauf, dass du sogar Hitze nicht anwenden darfst, aber, und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, das ist alles nur geschrieben worden, weil man im Endeffekt sagen möchte, wenn genügend Material da ist, dann sollte man immer wieder das Neuwertige verwenden. Jetzt haben wir eine andere Situation. Wir haben leider nicht genügend Material und da schreiben wir auch nochmal unten einen Link von der Universität, die das im Endeffekt jetzt getestet hat, wie man am besten eine Desinfektion von Masken macht. Dann habe ich noch eine letzte Frage von euch, die ich gerne beantworten möchte, ist, wie siehst du das mit Mund- und Nasenschutz, wie siehst du das mit dem Regeneration, mit dem Backofen? Also, das Thema ist dieses. Dieser Backofen ist eine praktische Anweisung. In Krankenhäusern oder in Arztpraxen, wo andere Darmsterilisationsmöglichkeiten da sind, ist es natürlich sehr sinnvoll, das nach den deutschen Hygienestandards zu machen, wenn man etwas regeln wird. Aber für den ganz normalen Menschen, wie wir das sind, braucht man natürlich auch eine Möglichkeit, wie man wieder an Ware kommt, die man auch mal wiederverwenden kann. Und deswegen diese pragmatische Lösung, die ich sehr, sehr gut fand, wo man gesagt hat, okay, man hat den Backofen, 70, 75 Grad wäre es jetzt auch genannt, man sollte es auch mehrmals eigentlich wieder regenerieren. Und das ist einfach wichtig, dass wir wissen, okay, wie kann man am besten eine Desinfektion dieser Masken machen. Wenn du jetzt noch weitere Fragen zum Thema Corona, zur Lockerung, zu Masken, vielleicht aber auch für dein Immunsystem hast, dann gib mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und stell mir auf jeden Fall ganz, ganz viele Fragen. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, dein Frank.